Jedes, wer ich heute gesehen habe, die Indonesien können auch gegen Ballhauen und ich freue mich hier auf einen Weizungspitzklassigen Match hier morgen, egal wer drüben steht. Und ich möchte einfach mal meine heutige Leitung anknüpfen, wenn ich nochmal die Stücke drauf sehe, freue ich mich auf einen Weizungspitzklassigen Match. Das hat uns ja die Zuschauer noch ziemlich präsent heute schon bisher.